Das ist seltsam, ja gut, dann machen wir das mal. Oh, ich bin schon krass am Bitsen. Ja, dann kommen alle vorne. Ich bin schon krass, dass die Argenten-Bünne nicht mehr verholt. Aber ich würde gerne sehen, dass die Körner die Körnern, wenn sie so weitergeht. Oh, ja. Wie können wir das nicht? Es gibt einen Schaden, auf der anderen Seite der Körner-Chamber. Das sind unsere Schaden. Wir müssen die Schaden und die Körner-Systeme aus dem Weg. Das ist, wie die Habe geht. Ähm, ja. Gut, warum müssen wir jetzt so lange, wo können wir langen? Das war mal ein Ground Pound, das sag ich euch aber ich schnapp mir mal den Banshee hier Dann gucken wir erstmal was wir damit so einstellen können Was ist das Objective? Ach wir können direkt hier so... ...Control Ja, das war ein Charge und rein hier Ja, Oberlight Controls... Access B.A. Ja gut Nur Rocket Wo kommst du denn her? Fuck So, jetzt wollen wir mit dem Banshee aufhören Ähm... Wir müssen ja diese Dinger hier zerstören, bevor ich das jetzt so weiß Boah, wir werden schon wieder viel zu kurz beschossen, Alter, warte Fuck, Leute, 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 Leute Das geht so nicht, das geht so nicht, das geht so nicht, das geht so nicht, oh Neun Banshee Oh Gott, oh Gott, oh Gott Schmeck hier, weg hier, weg hier, weg hier Ahhhh Pfff So Das ist auch noch kaputt Da vorne ist noch eins Das ist auch noch eins So So Noch eins hier So, zack Ähm Sind eh viel zu viele Banschies, sag ich mal so Da können wir schweres geben machen, aber... So So Okay, das war's, cool Leute, was machen wir jetzt? Ich hoffe, wir haben einen Plan, ich hoffe, wir haben einen Plan E-Bag, E-Bag hört sich gut an E-Bag, E-Bag hört sich gut an Ahhhh Er ist fliegt in der Pelikan Oh Kein Signal oder ein Autopilot-Retriever Amade muss es rausnehmen Friedrich, find die näherste Hanger Bay Wir nehmen einen Prowler Okay Oh, das sieht nach Hangar aus, das sieht nach Hangar aus Los Leute, los, 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 los Der Prowler ist nur drin, durch einen Flugzeug Wo kommt ihr? Oh, wo kommst du denn jetzt her, Kelly? Oh, wo kommst du denn jetzt her, Kelly? Oh, wo kommst du denn jetzt her, Kelly? Okay Ja, ich bin auch dafür, dass wir jetzt ganz schnell hier abhauen Okay Ja, ich bin auch dafür, dass wir jetzt ganz schnell hier abhauen Dass gleich alles hoch geht Was ist das? Was ist das? Was ist das? Pfff Wir können so gut slideen im Ducken Ähm Oh Gott Jep Das ist richtig fest Ich hab auch nicht so Bock drauf Tür öffnet sich los Ne, eigentlich nicht So, der Ah, fuck Wir gehen einfach ins Reino bis dahin Wir gehen einfach ins Reino bis dahin Oh Gott, ne Elite Na komm, komm doch Geil, komm doch Geil, komm doch, keine Held Ah, ehrlich Oh, ne Rake Sehr cool Zuck So, was haben wir denn noch so? Okay, dann Ähm, ja, dann markier das mal Okay Okay, Launch Control Rennen wir mal direkt da rüber Hier ist noch Rocket Munition Pff, ein bisschen viele Explosive hatten Freunde, ne? Und jetzt am Ende des Levels nochmal auch nicht auf die Kacke haben Ähm, ich würd sagen, wir drücken das mal Zack Wir wollen nämlich ganz schnell hier weg Oh Gott, jetzt müssen wir hier nach Oh nein Ich wollte eigentlich nicht länger als, wenn ich hier bleiben wollte Scheiß Oh oh Oh-oh Ganz schlecht Jetzt weiß ich jetzt wo sind die Hunter Ha Ich muss in Deckung, ich brauche nur normale Haffe Es geht so gar nicht mit diesen Explosive Jetzt muss ich schnell den Rocket an den Hunter nehmen Guck! Boah, wie er mit dem Rohr da richtig reinhaut. Jetzt schliff doch mal! Goddammit! So, hier war ne PA, ne? Ja, super. Die fast leer ist, weil ich sie vorhin dahin gelegt habe. Hydra, gut. Mein Gott. Viel zu viel Stress hier. Ach, der eine Hunter ist sogar schon da. Ist halt... Gut, wir sind schon wieder One Shot. Ist der Hunter jetzt da? Ich hoffe mal. Egal, wir schnacken uns jetzt mal hier das Storm Rifle und gucken, dass wir so ein bisschen aufmachen. Wenn ich ein Plan habe. Dann nehme ich hier weg. Ah, ist schon wieder Reinforcements? Ich glaube, wir essen einen auch nicht. Na, ist der Elite? Was, 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 was? Okay, ich brauche mal ein Storm Rifle. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Viel zu viel, viel zu viel. Ich weiß aber nicht, wo ich mich hier hinstellen soll. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Macht gerade gar nichts mit dem Checkpoint, sehr schön. Puh, Stasch. Ähm, die ist ja immer noch mal da. Oder ist das der von vorhin noch? Der ist die ganze Zeit jetzt versteckt. Oh Gott. Gut, das war der von vorhin wohl. So langsam könnte das Ding aber auch mal fertig sein zum Launchen, ne? Finde ich zumindest jetzt. Weiß nicht, ob das frech ist, aber im Prinzip. Ah, Mono-Incruciation, das hört sich doch gut an. Ja. Dann mal los. Wo bauen wir? Hier. Oh Gott. Los, los, los. Äh. Cool. Clear. Time, Linda. Eighty-nine seconds. Sierra 117 to Infinity. Argent Moon scuttled. I've reassigned Blue Team. Destination Meridian. Potential contact from Cortana. Negative 117. Another team is already being prepped to deal with her. What the hell? You're to return to Infinity immediately. Negative Infinity. I don't like it. Whoever they are, let's get to Meridian before they do. Kelly, no. No need to do this by yourself, Chief. They won't court-martial all of us, right? They won't court-martial all of us, right? They won't court-martial all of us, right? Das Blutey. So viel dazu. Ja, dann wollen wir mal gucken, was Cortana uns sagen möchte. Auch schon wieder auf der Ebene. Ja, dann wollen wir sie weg. Sie hat ihn weg. Wie ist das... Niemand lässt den Chief tun was. Er macht das, was er will. Bis zum 0631, heute Morgen. Als er nicht absenkt, ohne Leid. Das ist nicht über den Master Chief. John ist nicht empfohlen, um sie zu verabschieden. Hey! Wer wird mir jemanden? Du bist aus der Linie, Roland. Ja, Herr. Aber so ist alle anderen. Du hast die Cortana geöffnet, Doc. Und jetzt du sie aus der Luft mit diesen Begriffen. Roland. Du denkst du sie hat den Master Chief in die Abänderung des Postes? Respectfully, Sir, to what end? Why is Cortana the problem? Because she refused to die, when she was supposed to? Uh oh, Roland is missing mad. You're okay with this? Not just another target, you know. Every target is just another target, Buck. Yeah. For you, maybe. I love being in ODST. It's point and shoot. None of this gray area BS. I mean, how are you even supposed to bring them in? Ask politely? No. The hell? Armor restraint. Short circuit their suit systems. Ah. The lock. Every other Spartan. Every soldier, when they hear about this. They're gonna hate us. You know that, right? You're not the only one here because of him. Und jetzt wird Locke ausgesendet, um den Chief zu Capturen und zur Infinity zurückzubringen. Meridian, 25. Oktober 2558 Der Covenant hat diesen Planeten in 1948 gebrochen. Es war dann eine UNSC-Kolonie, aber wir kamen nicht zurück. Wir sind jetzt durch ein Privatkorpel, schießt das Glas, um sie zu leben. Warum haben wir eine lange Weg runtergebracht? Weil es politisch ist. Wir leben auf einer Indy-Kolonie wie Meridian. Die Leute hier nicht sehr gut aus dem UNSC landen in der Mitte der Stadt. Sie sehen es als ein Achtung von Aggression. Speaking of Achtung von Aggression... Was sind Forerunner-Ships. Was sind Forerunners hier? Vielleicht sind wir nicht diejenigen hier für den Master Chief. Wer ist auf meinem Echt? Identifft dich. Das ist Spartan Jameson Locke, UNSC. Fertig. Warte. 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 Das ist Gar-Sloane. Und du? Warte. Das ist Gar-Sloane. Und du? Das ist Gar-Sloane. Was sind die Spartans hier? Was ist passiert? Das ist Gar-Sloane. Das ist Gar-Sloane. Das ist Gar-Sloane. Aber ich habe Familie hier. Sie sind nicht. Osiris. Die Menschen von Meridian-System brauchen unsere Hilfe. Das ist Gar-Sloane. 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 Das ist Gar-Sloane.